Ja, und jetzt bin ich wieder ganz am Anfang. Was soll ich da tun, wenn ich kaum Leben habe? Das ist richtig unfair. Richtig, richtig mies. So, wir probieren es natürlich noch mal. Überspringen das Ganze. Kann ich nicht ganz überspringen? Nur die Sätze. So. So, Töpel verwandeln. Ja, komm. Okay, jetzt komm. Machen wir ein bisschen schneller hier. So, diesmal... Ja, das ist halt manchmal mies, weil manchmal springen die so komisch. Und da kann ich nicht mal ausweichen. Das macht das Ganze ein bisschen unfair. So, lassen wir mal das Feuer drin, oder? Schutzschild, magische Falle. Das ist immer so die Frage, vor allem hier, was bringt es mir? Mit dem Schutzschild, das dauert ja nicht so lang an. Außer ich mache das Schutzschild, wenn sie springen. Ich weiß ja nicht, ob ich da schnell genug bin. So, wäre ich keine Überraschung. So, oh, ein Schlag habe ich, glaube ich, sogar abgewehrt damit. So, nein. Direkt reingesprungen. Aber ich denke, das mit dem Feuerschaden, das scheint doch ein bisschen besser. Nein, einer springt. Okay, doch nicht. So, kann ich die eigentlich auch kontern oder so? Ich glaube, nicht so ganz. Ein Moment. Ein Moment. So, einmal schön. Feuer. So, komm her. Einmal down. Und es zieht noch ganz... Ist ja gerade wie aufwachtstanden. Alter. Chill mal eine Runde. Gibt es doch gar nicht. Nein, verdammt. Von hinten einmal. Aber es sieht ein bisschen besser. Autsch. Nein, ausgewichen. So, sogar mal abgewehrt. Mach ich auch groß nie. Wow, 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 wow. Woher kommst du plötzlich? Ah, die schwere Attacke. Ja, das war jetzt, glaube ich, nicht so gut. Na, super. Ja, jetzt hoffe ich, gegen den kämpfen. Jetzt wird jetzt knapp nichts mehr hier. Ja, jetzt bin es ich. Du hast ihn gehalten. Gibt es doch gar... Oh, jetzt bin ich auch noch hier. Hallo. Au, Alter, macht das Schaden, hä? Hallo? Was geht denn da ab? Nicht mehr getroffen. Nein, voll reingesprungen. Ja, super. Guck mal, wie stark das auch ist. Nein. Ey, das gibt es auch nicht. Das blöde Viech. Nochmals von vorne. Ich glaube, ich habe bei denen ein bisschen zu lang gebraucht. Und das war mein Problem. Was haben wir hier? Feuerschaden bleibt drin. Deshalb müssen wir jetzt hier mal ein bisschen Gas geben, hä? Das wird ja immer noch interessant, wenn wir da auch hier noch einen Zeitdruck haben. Das habe ich ein bisschen besser gekämpft, aber... So, ich darf wieder blündern. Was? Damit? Du wolltest doch die alten Legenden... So, oh, was war das? Oh, scheiße. Ja, jetzt komm, lauf los. Hier haben wir nichts. Da drüben haben wir noch ein paar Säcke. Lauf los. Du Sack. Hallo, ich drücke hier immer A. Jetzt einmal. Ja, lauf ruhig weiter. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Nochmal alles von vorne. Soll mal zumachen. Kann er sich selbst drum kümmern. Oder ich hätte vielleicht während dem Kampf hingehen müssen und das beruhigen müssen. Aber wer weiß. Kann ich nicht jetzt einfach direkt... ...so machen? Jetzt mal in die falsche Richtung. So. Das sah doch mal gut aus. Wo ist denn der andere? Wir sind hier drüben irgendwo. Na, jetzt kommen hier zwei. So, Moment mal. Erstmal nochmal. Ja, ich kann nicht beruhigen. Hallo? Wollte hier wegspringen? So, einmal Feuer rein. Nein. Oh, nicht auf den Baron. So, aber ich sollte sie ein bisschen trennen. So viel muss natürlich sein. Nein. Daneben. Ja, jetzt kommt der wieder. War ja klar. Oh, bei der Fall mal. Na, ein bisschen zu früh war das. Hey, immer, wenn ich hier gerade meinen Angriff gemacht habe, kann es doch nichts... Oh, und jetzt kommen da wieder noch mehr. Oh, den einen. Ich dachte, der ist neu gespawnt. Geh mir nicht auf den Sack, Alter. Kann es doch echt nicht sein. So, schnell hin. Hol' ich die Pest. Wer bewegt sich? Das gibt's doch nicht. Ganz ruhig. Puh. So, gleich wieder das Feuer rein. Es scheint irgendwo mies, wenn die zu zweit oder dritt sind. Oh, ich? Nichts. Das ist deine Aufgabe. Ich hab doch gesagt, du musst es unter der Türschwelle begraben. Denn die Sage wahr ist, ist es morgen ein Törtel. Laufen wir nicht so schnell. Um mich regenerieren. Um deine Familie zu finden. Ein bisschen Regeneration würde gut tun. Das mies ist halt auch... Ich hab halt noch gar nicht so viel gekämpft. Deshalb komm ich auch mit der Steuerung noch gar nicht so gut klar. Das ist halt auch ein bisschen mies. Nein! Vor allem, wenn die so hier zu zweit sind. So, jetzt ess ich mal was. Hallo. Jetzt hab ich die Stahlwaffe genommen. Ich wollte doch nur was essen. So, ja, genau. Der springt wieder. Unfair. Warum sind die Level 5? Ich bin das schon Level 3. Alter, geht mir... Nicht auf den Zeiger! Wie viel das sind? Nein! Ich sterb schon wieder hier oben. So, schnell weg, 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 weg. Weg, 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 weg. Alter, wie viele hier sind? Gibt's doch gar nicht. Lass mich weg! Lass mich weg! Guck mal, ich weich aus wie nochmal was. Ich hämme hier auf die Tasche, aber... Die treffen mich ja trotzdem anordnen. Oh, nein, 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 nein. Ich bin wieder tot. Hey, das kann's echt nicht sein. Ich meine, ich hatte noch groß gar keine Chance, kämpfen zu üben und dann kommen da vier, fünf Gegner auf einmal. Und die irgendwie hier rumspringen können. Deshalb wollte ich sagen, wir töten das Viech jetzt einfach. Ist mir jetzt egal, was ihr ja meint. Vielleicht ist das auch einfacher. Wir kämpfen einfach mal gegen das. Obwohl das auch ein bisschen groß geworden ist. Ist mir jetzt ehrlich gesagt egal. Ich hab's oft genug probiert. Ich hatte gerade die Hoffnung, dass es einfach wird. Oh, well, well. Na, super. So, na, komm. Komm, komm, komm. So, wieder ein bisschen zurück. Na, ich kann noch nicht. Halt, ich wollte eigentlich gerade ausweichen. Mache ich eine schwere Attacke. Nein. Ganz ruhig. So, brenn. Ja, jetzt war's wirklich ich. Tut mir echt leid. Ich kann ja nicht anders. Guck mal, das währt halt auch immer was ab. Richtig mies hier. Jetzt hier einmal. Alter. Guck mal, ich mach halt wirklich gar keinen Schaden gegen das Viech. Guck mal, wie wenig Schaden ich mach. Drei. 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 Wollt ihr mich verarschen? Mit meinem Donner. Und hier treff ich's jetzt nicht mal. So, was ist nun los? Rennst weg. Hallo? Bleib doch da. Ah, ich muss immer näher ran. Nein, ich wollte gerade den Angriff machen. Komm her, komm her, komm her, komm her. Nein. Er ist mal da. Guck mal, wie viel das auch blockt. Na, komm schon. So, komm nach. Ja, ha, ha. Nein. Achtung. Aber guck mal, wie lange ich eigentlich schon wieder gegen das Viech kämpfe. Komm, 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 komm. Alter, das gibt's halt echt nicht. Ich hab kaum ne Chance gegen das. So. Oh, dann. Danach. Okay. Da trifft's dann richtig gut. Oh, das wollte ich eigentlich gar nicht machen. So, immer dann. Aber dann tut's auch wieder viel abwehren. Und was ist jetzt einfacher? Gegen das Viech alleine? Oh, toll. Oder gegen die anderen? Ich weiß nicht. Alter, ich kann das auch manchmal gar nicht richtig abwehren. Oh, die starken Attacken, die gehen immer gut rein. Aber trotzdem keine Chance, ey. Okay. Okay.